Der Mittwoch hat schon ein Wochenende angefangen, obwohl ich ja achte. Beim Wackers, ja. Ja, zum Beispiel. Ja, ich schwere mich auch nicht am Schuss. Danke. Du bist so verheblich. Ja. Auch hier, die letzten am Rennen, die habe ich auch noch drauf. Nimm da auf. Guckst du mal Video, oder? Ja, ja. Es gibt ja gerade Panker. Verirrt, ich bin in der Haustür. Ey, hör auf dich. Ja, da. Hausenberg ist immer 20 Quadratmeter. Was sehen wir denn die Zahnlöcher? Na ja, na ja. Gestern mit Zahnseite putzt du Arsch. Ja ja, nur die Löcher, nur die Löcher ist ausgelöst. Welche Löcher? Nimm da. Hä. Wieso? Ja, ja. Was machst du? Wieso die Ahnung? Was ist denn die? Mit Geräusch. Richtig. Nach München auf Kotzen-Schwanderer. Wunderbar, zwei Kotz-Videos schon. Das langsersehnte Bier, warte mal, ihr seid hier auf Video. Nicht so schnell, Video, genau. Ich kann nicht so schnell rückwärts laufen, wie ihr vorwärts. Zeig mal rauf! Mit Gehäuse! Wunderbar! Und Prost auf Bier! Wenig Mann hat er raus. Das geht nicht! Wir wollen die Kiste sehen! Wir wollen, wir wollen, wir wollen die Kiste sehen! Wir! Warte mal! Inspektion! In... Inspektion! Warte mal! Tommy, passt schon! Wunderbar! Sie haben gewonnen! Sie haben gewonnen! Sie haben gewonnen! Sie haben gewonnen! So! Sie haben einen leeren Kasten! Sie sagten, ich freue mich! Hier seid ihr auf Deutsch! Ja, natürlich! Ja! 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 Aber ich weiß nicht! Vielleicht fotografieren wir uns mal! Was ich gemacht habe, bin ich in den Kampf! Ja! Vielleicht nicht so nah! Ja! Das ist schon gemacht! Zack! Wir machen Hundeleidebückel! Und wir jagen! Ja! 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 Weihnachtszeit! Ich liebe�! Ja! 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 Noi! Ja! Und es seid ihr mantener aufrecht! Das sind schon genug, aber klicken! Dann jemand nur richtig erhöht! Ich kann ja gerne ohne uns! Auf geht's gut und ein Bier aus! Ein Bier aus! Typisch aus! Für uns! Jus! Der Munk ist der schönste Wüterwelt! Munk, das ist der schönste Wüterwelt! 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 Munk, das ist das schönste Wüterwelt! 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 Schlauzeit! Eine schwierige Geschichte! Kannst du jetzt mal machen oder nicht? Ja, man hat das noch schlafen! Aber die Tatsche hat mit dem Ding geschlafen! Wer hat mit dem Ding geschlafen? Nein! 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 Ei! Hey, du Assi! Hey! Wie schaut's denn aus? Kommt ihr mit, oder nicht? Wohin? In die Glocke! Ja, unten!